Das ist richtig asozial. Ich hab nicht mal ein Bier bekommen, wo ich so hart gearbeitet hab. Sorry, aber wir sind echt lost. Haha, Marc macht dies, macht das. Lustig, jetzt reg dich ein bisschen auf, aber jetzt reg ich mich mal wirklich auf, weil das ne Scheiße ist. Alter, ist das beschissen. Es ist alles komplett pitschnass jetzt schon da drin. Das war so anstrengend. Ich konnte nicht mal Gags machen. Das ist eigentlich das Schlimmste. Oh, ist das jetzt schon so anstrengend. Äh, mein Leg. Was ist das? Oh, jetzt geht's doch noch den Berg hoch. Es war ne Scheißnacht. Es hat die ganze Zeit geregnet. Nein, fuck, mein Leg, nein, bitte nicht. Es geht hier los. Äh, lass uns bitte nicht mehr drüber reden, okay?